David Thomas ist ein homosexueller Student aus Wales. Ich war auch mal homosexuell, aber ich hab's aufgegeben. Mir haben davon immer die Augen getränt. Der Mann inspiriert mich. Könnt ihr wohl still sein? Entschuldigung, hier ist ein schwuler Mann, der schlafen möchte. Oh, oh Gott. Mach Platz für den Schwulen. Komm schon, mach bitte auf, hier ist David, der Schwule von nebenan. Öffne die Tür. Was? Ach, das ist ja wohl... Zieh dir was an, Weib, das ist obszön. Gibt es ein Problem? Ja, es gibt ein Problem. Ich versuche nebenan zu schlafen, aber das geht nicht. Weil du mit deinem Freund, entschuldige meine Ausdrucksweise, Liebe machst. Was ist los, Schatz? Ich sage Ihnen, was los ist, Sir. Hast du mich gerade Sir genannt? Ja. Ich bin eine Frau. Ich muss Ihnen sagen, Madam, dass... Oh mein Gott! Ihr meint, ihr seid... Lesben. Ja. Ach, Verzeihung, hast du vielleicht ein Problem damit? Ja, ich habe ein Problem damit. Ich bin der einzige Schwule auf dem Campus. Oh nein, das glaube ich nicht. Wir sind auch nicht gerade hetero. Ihr seid Lesben. Das zählt nicht wirklich. Doch. Ach, das kann man ja nicht wirklich andersrum nennen. Ich meine, was macht der überhaupt? Nur ein bisschen Möse mümmeln, oder? Es gibt schließlich keinen Grund, lesbisch zu sein. Du könntest einen Mann abkriegen. Du nicht. Du spinnst wohl. Hör zu, ich bin kein Lesbophobiker. Und wenn ihr euch den ganzen Tag alte Folgen von Xena ansehen wollt und nicht mehr die Beine rasiert, das ist eure Angelegenheit. Aber ich brauche meinen Schlaf. Also bitte, nur heute Nacht. Kein Lecki-Lecki mehr. Ja? Ja. 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 Ja.